Normalerweise sehen wir Mette Marit von Norwegen bei öffentlichen Terminen stets perfekt gestylt, in schicken Kleidern oder eleganten Kombinationen. Doch dass die Kronprinzessin auch sportlich kann, beweist sie nun bei einem Freundschaftsspiel auf ihrer Residenz Gaugum südwestlich von Oslo. Dort empfängt die gesamte Kronprinzenfamilie, unter anderem Fußballstar Erling Haaland. Und da lässt es sich Mette Marit gemeinsam mit ihren Kindern, Prinzessin Alexandra und Prinz Wermagnus nicht nehmen, selbst Turnschuhe, Stutzen und Trikot anzuziehen. Gekonnt dribbelt sie mit dem Ball, der Spaß ist ihr dabei förmlich ins Gesicht geschrieben. Dieser Termin scheint genau nach dem Geschmack der 48-Jährigen zu sein. Mette Marit hat sich schon in der Vergangenheit als Fußballfan geoutet. Immer wieder sitzt sie auf der Stadion-Tribüne, um wie hier die norwegische Nationalmannschaft anzufeuern. Dass sie auch selbst ein gutes Ballgefühl hat, hat sie nun eindrucksvoll bewiesen. Ja. Ja.